Die Infrastruktur der Akademie ist erstklassig. Es gibt viele Möglichkeiten, erstmal sehr kurze Wege. Wir haben die Unterkunft direkt angeschlossen an unserem Trainingsbereich. Es gibt dort Möglichkeiten des Krafttrainings in der Akademie, der verschiedenen Athletikbereiche. Wir haben eine Turnhalle zur Verfügung für auch Spiele außerhalb des Eises. Es gibt zwei Eisflächen. Die eine ist mit einem Tracking-System ausgestattet. Das heißt, wir können kontrollieren, wie die Belastungen oder wie die Laufwege eines jeden Spielers sind. Wir haben Videosysteme auf den Eisbahnen, sodass wir auch jedes Training aufnehmen können, analysieren können. Wir haben zwei Skatemails, wo wir sehr viel im Technikbereich und Koordinationsarbeiten können. Einen Schussbereich, um individuelle Schusstraining durchzuführen, auch außerhalb des Eises.